zwei wir haben kein einzigen klasse oder sieht natürlich gut aus da kommen wir auch nicht hin und darüber springen geht nicht wir können auch ein doppelsprung machen gar nichts so na jetzt will er mich echt verarschen nein 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 ich wollte auch auf die andere seite da pass auf jetzt klappt es jetzt klappt es erwischt einen haben wir die frage ist wo ist der zweite ich denke mal wir müssen wieder zurück jetzt bestimmt nach unten jetzt habe ich nicht gespeichert klasse man kann auch nicht mehr speichern einmal gespeichert und das war es nein 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 boah langsam das spiel macht aggro ehrlich boah jetzt ernsthaft da muss man echt oft speichern ja das stimmt nee hier hoch kann ich nicht da hoch kann ich nicht nein 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 so einen haben wir schon drinnen so gespeichert ach wie sie denn aber das ist nicht so schlimm oh man das ist ärgerlich ja die frage ist jetzt wo war der da war wir sind jetzt hier am arsch der welt irgendwo da war der alles klar komm schau ich ja wohl zeig uns eine karte material oh mein gott oh mein gott erwarte mal müssen wir denn jetzt sind ich bin da okay nach unten rechts da ist ach da ist das nächste wir wissen schon wieder runter na kommt schon runter ich habe nicht gespeichert gott jetzt müssen wir die scheiße wiederholen ich habe nicht gespeichert so und das gleiche von vorne ja leider habe ich kein bier zu hause echt schade echt schade ich wusste nicht dass ich mich so aufregen werde man sieht es mir zwar nicht an aber das ist so so gespeichert jetzt müssen wir wieder runter nein 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 da hat er mich doch aber nicht so speichern na klasse enden oder was sowas gibt es auch hier der hat mich erledigt bei jedem tot ein schluck das wäre es gewesen eine gute idee so wo ist er bam ach nein mal ich will du 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 ich du du Ah Ich hatte den doch fast Oder du machst einen Donationschlucker Oder so Nur leider kriege ich nicht viele Donations Also besoffen werde ich nicht, sage ich mal so Noch ein bisschen, komm Jawohl Ich hab den Na So, jetzt müssen wir wieder zurück Warte, wo war das nochmal? Wir müssen dahin, dahin, dahin Oh Komplett wieder zurück Nach oben Oh man Oh man So So, ich speichere mal besser Ich kann nicht speichern Doch, ich konnte speichern So, ich speichere mal nochmal, ist mir egal Oh 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 Wofür das jetzt gut war, keine Ahnung Hoppa Oh Oh mein Gott Nein Nein Wir haben es doch beim ersten Mal geschafft Ich glaube ich bin da rüber gesprungen, kann das sein? So So war das genau So, ich speichere jetzt wieder Oh man Komm, geh auf So, warte mal hier 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 mache ich das eben, na Oh man Oh man Na Na Oh Wow Ho 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 War das knopp gerade Speichern Komm spring einmal reich springt na jetzt komme ich da nicht so klasse jetzt komme ich da nicht hoch oder was jetzt will er mich aber flachsen ich glaube ich müsste einmal sterben ich geht sterben ich braucht hat aha wir lernen wieder was neues gleich wir müssen die x drücken die x doppelsprung wir haben doppelsprung er ist denn die frage zu müssen wir jetzt sind das klappt ja richtig gut hier ja man jetzt läuft es langsam ja